Ja, ganz normale Trainingssteuerung. Ich bin heute Nachmittag wieder dabei und dann morgen auch bei den Freundschaftsspielen. Ich glaube, die Vergangenheit oder gerade letzte Saison hat gezeigt, dass mir das ganz gut tut, wenn ich ab und zu mal individuell was für mich machen kann und separat trainiere. Und ja, jetzt ist die ein oder andere Einheit auch hier so der Fall. Und ja, ich hoffe, das tut mir weiterhin gut. Das heißt, du entscheidest auch selbst, heute individuell? Ja, zusammen mit dem Trainer. Also genau. Ich würde mal kurz aufs Mittelfeld gucken. Kollege Moisander hat gesagt, ja, fehlt tatsächlich noch einer. Wie stehst du dazu? Ja, ich sehe es ähnlich, dass wir auf jeden Fall noch Verstärkung brauchen. Ich glaube, dass wir jetzt drei Spiele abgegeben haben. Und es wäre gut, wenn noch welche dazukommen. Was für ein Spielertyp stellst du dir vor, der euch da verstärken kann? Gute. Ja, gute. Die uns voranbringen, gute Mentalität haben, gut kicken können.